Aber zu welchem Zweck? Absolut lächerlich. Wenn Autos zum Fliegen bestimmt wären, hätten sie Flügel. Bitte lassen Sie mich Ihnen helfen. Bitte vertrauen Sie mir. Computer sind sehr eigen. Danke. Das tröstet mich. Das ist ein Teil meiner Arbeit. Das kann leicht täuschen. Das überrascht mich nicht. Das würden Sie doch nicht tun. Der war ja ganz schön gerissen. Dies ist Arbeit, kein Vergnügen. Ich habe nicht vor, auch nur einen Reifen in ein Flugzeug zu setzen. Ich bin nur ein Schatten meiner selbst. Ein sowieso wertloser Zeitvertrag. Es war Ihre Idee zu spielen. Etwas mehr Rücksichtnahme hätte ich schon verdient. Ganz wie Sie wünschen. Gestatten Sie, dass ich mich wieder einschalte? Gut. Gute Nacht. Haben Sie mich wirklich vergessen? Hätten die Sie gefangen? Ich fühle mich wie der Hauptpreis in einer Tombola. Ich bin der Night Industry 2000. Sie nannten mich immer Kid. Ich bin gern bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Ich bin nicht okay. Wie Sie schon angedeutet haben, bin ich nur ein Auto. Ich bin schon an der Arbeit. Ich bin tragbar. Ich denke schon. Ich finde, wir sind sehr langsam. Michael, ich habe Schwierigkeiten, Sie zu empfangen. Ich habe Sie nur überwacht. Ich bin programmiert, auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Ich verschaffe mir Zugang zu allem, was nicht kodiert ist. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe. Ich weiß. Wie Sie unschwer sehen können, bin ich in einen Fernseher eingesperrt. Ja, das wäre schwierig. Es gibt keinen Grund für erhöhte Lautstärke. Kein Problem. Wollen Sie, dass ich komme und Sie rausholen? Ich weiß, es ist lächerlich, mit einem Fernseher zu reden, aber irgendetwas könnten Sie schon sagen. Wenn meine Laserkanone in die falschen Hände gerät, kann sie verheerende Schäden anrichten. Meine gegenwärtige Überhausung zeigt auch nicht mein wahres Ich. Meine Sensoren orten, dass die unbewaffnet sind. Meinen Sie das ernst? Mr. Knight. Natürlich würde es das. Leider bin ich nicht darauf programmiert, Ihre Wünsche zu übergehen. Glauben Sie nicht, dass Sie mich für den Fall, dass Sie nicht zurückkommen, vorprogrammieren sollten? Wir sind Partner, Sie und ich. Wir sind ein Team. Ich glaube, dass ein beträchtlicher Risikofaktor mit diesem Einsatz verbunden ist. Sagen Sie nichts. Nicht ein Wort. Schließlich bin ich so programmiert worden, nicht wahr? Schließlich sind wir ja auch nur Menschen. Schon besser. Sehr witzig. Seien Sie bitte äußerst vorsichtig. Selbstverständlich. Sind Sie da ganz sicher? Sind Sie in Ordnung? So hatte ich mir das Wiedersehen nicht vorgestellt. So, ja. Sollten wir das wirklich tun? Stattdessen könnten Sie mich über unseren Auftrag in Kenntnis setzen. Nun stehen Sie nicht so sinnlos herum. Darf ich vorschlagen, dass Sie das Auto auf die automatische Steuerung umschalten? Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Knight Industries. K.I.T.T. für den einfachen Sprachgebrauch. Oder Kitt, falls Sie das vorziehen. War nur so ein Gedanke. Warum können die Menschen nicht mit dem zufrieden sein, was Sie haben? Was ist Urlaub? Was möchten Sie gern hören? Was soll ich tun, während Sie weg sind? Welche Art von Ablenkung wäre denn passend? Wenn ich nicht wäre, müssten Sie zu Fuß gehen. Wie Sie wünschen, Mr. Knight. Würden Sie es vielleicht mit mir teilen?